So, willkommen zurück zu mir, mein nächstes. Es bleibt nur noch einer und das ist Sigma selbst. Die erste Schwäche weiß ich noch vom Hund, das war glaube ich, ja, Eis war das. Oh man, das kann lustig werden. Ich glaube, der Kampf wird nicht gerade sehr leicht werden, aber ich, ja, werde mein Bestes geben, dass ich das hinbekomme. Es geht höher, und höher, und höher, und höher, und immer höher, bis zu diesem Raum hier. Willkommen, ich sehe, du hast hier geschafft, dass du hier selbst sehr beeindruckt hast. Ich könnte dich zerstören, aber ich würde mich nicht verletzen, mein Kind mit diesem Leidenschaft. Er weiß, er weiß, wie man mit Betrachtern zu tun hat. Geht dein Leben, ich werde dich warten, ich werde dich warten, nicht zufrieden, Axe. Ah, er schickt sein komisches Hündchen auf uns los, das eine, ähm, Eisschwäche hat, glaube ich. Ja, hat eine Eisschwäche. Oh, das fängt schon, ja, das fängt schon scheiße an. Excellent job, Axe. I see why Zero counted on you. You're almost as good as Hunter as I was. But the time of your destruction has arrived, now shall you shall regret ever having defied me. Ja, jetzt kommt er persönlich dran. Gut, was ist seine Schwäche? Ähm, das ist jetzt die Frage, ja, er macht nämlich den Scheiß hier. Gut, dass wir es gar nicht erst mal testen konnten. Hm, okay, merken wir uns dann, ja, Nummer 1 war halt Eis. Nummer 2, kam man noch nicht zu? Kommt jetzt das ganze Blabla wieder, oder? Na, jetzt kommt das Blabla wieder. Oh, Hundi ist so nervtötend. Okay, Hundi ist schon mal weg. Ja, blablabla, blablabla, ich weiß. So, jetzt mal, ja, nein, 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 weg. Ah, was ist jetzt seine Schwäche? Das ist nicht. Das Ding vielleicht, nee, das Ding ist auch nicht. Das ist, glaube ich, auch nicht. Fire ist auch nicht. Ah, Cutter vielleicht? Nein, Cutter ist auch nicht. Das muss seine Schwäche sein. Ich glaube, seine Schwäche. Nein. Ah, scheiße. Aber ich habe es raus. Ich habe die Schwäche raus. Sparks. Sparks. Ah, ich muss mir, glaube ich, Ah, ich muss das mal aufladen. Es sind die Sparks. Sparks ist seine Schwäche. Sparks ist seine Schwäche. So schaut es also aus. Ah, das kann ich jetzt mal schön aufladen, jetzt das Ganze. Füllt, ja, ich glaube, das füllt auf, ja. Okay, Phase 1, also Eis, und Phase 2, also Sparks. Gut, okay. Damit kann ich schon mal leben. Und noch ein Leben bekommen. Ja, das dürfte fast reichen für den Hund, aber... Ich glaube, ich spür meine Waffen-Agie. Ich spür meine Waffen-Agie nochmal auf. So, jetzt dürfte es, glaube ich, voll sein. Es sind also die Sparks. Gut zu wissen. Jetzt kommt sein BlaBla wieder. Das kann man leider nicht... Doch, mit Start und Slack geht es schneller. So, und die Time to Play. Ich glaube, jetzt nutze ich mal meinen halben Sub-Tank. Na, das Windows-Update kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Gut, dass es jetzt kommt. Bis dann, alles. So, ich weiß es. Okay, Concentration So geht er klar So geht er ziemlich gut klar Dieser Gegner So, ich muss ihn noch ein bisschen so treffen Auch wenn das ein bisschen blöd ist Doch, das geht eigentlich auch so Okay, Resttreffer, also so Na, zu lange gezögert In der Luft gestorben So Ich glaube, jetzt kommt die schlimmste Phase Genau, nämlich die Ich glaube, jetzt war es Das Schild glaubt mich Verdammt Ah, es zieht zu viel ab Ah, war es wirklich der Schild Was da Schaden macht War es wirklich der Schild Beide Waffen sind leer Ich mache hier einen kurzen Schnitt, Leute Und wir sehen uns dann gleich wieder Ich muss mal wieder Mein ganzen Kram hier auffüllen Bis gleich So, längere Pause Bin wieder da Jetzt dürfte es hoffentlich mal klappen Gut, erstmal stütze ich ab Aber kein Problem Ähm, ich habe gerade erfahren Dass mein Wagen So gut wie fast im Arsch Es ist nur eine Frage der Zeit Wasserpumpe defekt Kühlwasser etc Und tja Schön Kommen nämlich gerade von der Werkstatt Jetzt lass mich bitte dich zerstören Sigma Das wäre Mir jetzt gerade echt eine Genugtuung Das wäre mir echt eine Genugtuung So, ja Ich weiß Jetzt kam er hier Ah, falsch abgeteilt Scheiße Eins Zwei Drei Ach, scheiße Mann, ey Kacke Mann, die Phase lief so gut Die ersten Tries liefen gut Und der Try gerade war kacke Ja, ich kann es nicht skippen leider Er nervt so sehr Dieser blöde Drecksköter So, jetzt kam er Sigma glaube ich Selbst Ich krieg es einfach Ja, ich muss Ich muss das anders Ich muss das anders machen Mann, jetzt kann ich schon wieder den blöden Scheiß auffüllen Mann, gib mir das gerade Klötze Ja, jetzt gibt er nur so ein Jetzt gibt er nur so ein Kram Mann, nicht mal der Hund klappt ordentlich Na, Sigma ist schon eine andere Nummer als Dr. Wily Ne, ich bin so ein Kram Und jetzt gibt er nur so ein Kram Oh, ich bin so ein Kram Lebensnergie, so eine Waffennergie. Jetzt springt er wieder nicht. Oh ja, er lässt sich ein bisschen noch mehr treffen. Oh, wie das nervt. Das hier jetzt mal aufzufüllen. Oh, noch ein Leben. Danke für den weiteren Versuch. So, hoffentlich reicht die Ice-Shotgun. Beast Park ist voll, es ist gut. Das hier ist ein paar Mal. Oh, das liegt mal gut. So, Doggy ist weg. Jetzt kommt der Master persönlich. Sein komischen Laserschwert. Ah, ich kann auch nicht aufkladen. Rein ist die Scheiße. Ah, ich muss... Ja, er macht zu viel Scham, wenn er mich berührt. Immer so knapp hier das Ganze. Das war wirklich gut, das Buster-Upgrade zu holen. Sonst hätte ich mich angearscht jetzt. Na, wunderbar. Jetzt bleibt mir nur noch der normale Buster übrig. Wenn man es raus hat, wenn man die Ecke findet, den roten Winkel, dann ist es eigentlich easy. Jetzt hätte ich mich fast treffen lassen, was nicht passieren darf. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Gut, okay. Die nächste Phase sind die Rolling Shields. Bzw. mit den Rolling Shields muss ich den jetzt machen. So, die Rolling Shields. Genau. Ja, so natürlich nicht. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, den E-Tank zu benutzen. Den ersten. Das sind vielleicht zwei. Oh, Mann. Fuck. Mann. Scheiße. Noch... Ich krieg's nicht gebacken. Ich krieg's einfach nicht gebacken. Ja, jetzt trifft mich das natürlich... Ich werd da jedes Mal getroffen von dem Scheiß. Ne. Leck mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Scheiße. Bitte schau.